Hallo Freunde, hallo YouTube, auf dem Kanal vom Interranger gibt es was zu feiern. Vor einigen Tagen durfte ich meinen 1500. Abonnenten begrüßen auf meinem Kanal und aus diesem Anlass feiern wir heute die 1500 Abonnenten oder das 1500 Abonnenten Giveaway miteinander. Und ich muss euch sagen, als ich im Dezember 2012 meinen ersten dilettantischen YouTube-Film auf YouTube gestellt habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich auf 1500 Abonnenten komme. Also recht herzlichen Dank. Feiern wir zusammen ein Giveaway miteinander und ich würde sagen, wie alle meine Giveaways, sind sie mit einer kleinen Aufgabe verbunden. Und ich habe mir lange überlegt, welche Aufgabe ich euch stellen soll. Und machen wir doch irgendwas Altbewährtes, schon oft Dagewesenes, Langweiliges. Zeigt mir euer Schweizer Taschenmesser. So ein Film mit 2-3 Minuten, kann auch kürzer sein, ganz wie ihr wollt. Zeigt mir euer Wenger Victorinox Witzer. Stellt es vor, zeigt vielleicht die Werkzeuge. Und jetzt zu dem Kleingedruckten, zu den Bedingungen. Bedingungen ist immer so ein hartes Wort, aber ich hätte gern, dass ihr auf YouTube im Videotitel mit angebt. Schweizer Taschenmesser, VA für Interranger. Bisschen Werbung muss sein. Und mir dann, wenn ihr das Video auf eurem Kanal gestellt habt, mir vielleicht per PN Bescheid gebt. Und ja, ihr solltet auch Abonnent meines Kanals sein, oder vielleicht werden, wenn, vielleicht auch nur für die kurze Zeit dieses Giveaways. Alles schon vorgekommen. Ich würde mich riesig freuen, auf rege Teilnahme. Und ja, der Einsendeschluss dieser Videos werde ich machen. Es soll sein der 31. März 2016. Habe ich was vergessen? Ja. Die Preise. Als Preise werde ich ausloben. Zwei Victorinox Aloks. Es sind nicht die Silbermodelle. Zwei Victorinox Aloks, die ich in je einem Video in den nächsten Tagen vorstellen werde. Und ja, diese separate Vorstellung, sage ich jetzt mal so, soll euch vielleicht daran erinnern, dass ihr noch ein Video für mich machen wollt, sollt, wolltet und so weiter. Und vielleicht, dass ich jetzt auch ein bisschen den Spannungsbogen hochhalte. Okay, also ein Video für den Interranger, zwei Minuten in Schweizer Taschenmesser in die Kamera gehalten. Hochladen. PN an mich. Videotitel sollte laut den Schweizer Taschenmesser an VA für Interranger. PN. Playlist. Abwarten und gewinnen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, kommt es vielleicht nicht so rüber, aber ich freue mich riesig über 1500 Abonnenten. Tschüss. PN. 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 Vielen Dank.